Wer kann erkennen, was da auf der Straße wartet? Wo sind wir hier gelandet? Lots mich mein Navi durch irgendein Dorf und auf einmal sehe ich sowas. Einfach Kühe, die mitten auf der Straße laufen. Alles gut, alles gut, willkommen, wir warten. Also ich wollte ja echt nicht, dass mir jetzt eine Kuh vor das Auto springt. Und ist es hier überhaupt noch Deutschland? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir an den Kühen gut vorbeigekommen. Und ich hoffe, ich komme jetzt noch gut nach Hause.